Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu meiner neuen Rezession. Diesmal habe ich für euch eine Art Kochbuch und zwar schlank und glücklich mit Low Carb, die Genießer Diät, geschrieben von Daniel Hauser. Es ist im Basselmann Verlag erschienen, kostet 7,99 Euro und hat 112 Seiten. Kohlenhydratarm ernähren, schlank durchs Leben und fit durch den Tag. Mit diesem abwechslungsreichen Gerichten ist gesund und lecker essen kein Widerspruch mehr. Die Kombination aus den richtigen Kohlenhydraten, hochwertigen Eiweißen und guten Fetten lässt die Bunde purzeln und die Leistungsfähigkeit steigern. Lassen Sie sich durch die mehr als 60 vielfältigen Rezepte dieses Buch vom Genusspotential einer Low Carb Ernährung überzeugen. Da ich in nächster Zeit ein wenig mehr auf meine Ernährung achten möchte, habe ich mir nun dieses Buch zugelegt und habe mich auch sehr gefreut darüber, es durchzublättern und auch gleich ein Rezept auszuprobieren. Es ist eigentlich für jeden Geschmack etwas dabei, egal ob mit Fisch, Fleisch oder rein vegetarisch. Anfangs erhält man noch eine kleine Einleitung, die eigentlich recht interessant ist. Dann geht es auch schon gleich weiter mit den Rezepten. Bei manchen sind Bilder dabei, bei anderen wiederum nicht. Ich habe auf jeden Fall einiges gefunden, was ich noch ausprobieren möchte und dabei sind jedoch einige zeitaufwendiger als andere. Aber ich hoffe, es schmeckt mir genauso wie das erste Gericht.